Du wolltest schon immer wie Rihanna riechen oder hast dich gefragt, wie Rihanna riecht? Heute lösen wir das Geheimnis. Ja, Rihanna riecht eigentlich nach Kill your love, don't be shy. Das einzige Problem ist, 50ml für 250€ ist sehr, sehr teuer. Und das bedeutet, wir brauchen eine preiswerte Alternative. Ich habe hier in der Hand Asabi Nummer 3. Das Ganze ist kein Dupe oder eine Nachmacher oder irgendeine selbstgemischte Mischung. Das ist ein ganz normaler Duft, der einfach sehr, sehr, sehr nah am Kill your love, don't be shy riecht und extrem günstig ist im Vergleich zu dem Duft. Wir ziehen den Karton ab und gucken mal, was uns drinnen so schönes erwartet. Ja, der Duft ist an sich schön. Kill your love, don't be shy ist ein geiler Duft. Das einzige Problem ist, er ist erstens mega teuer und zweitens hält er bei mir eigentlich so gut wie gar nicht. Und wie ihr schon sehen könnt, ist das die Lösung für all eure Probleme. Also wie beschreibe ich den Duft am besten? Ihr habt hier wirklich eine Bubblegum-DNA, finde ich. Eine wirklich feminime Bubblegum-DNA, die sehr leicht ist, also nicht so stechend süß. Die Süße ist natürlich immer da. Aber das Ganze wirkt auch ein bisschen blumig, ein bisschen leicht, ein bisschen pudrig, ein bisschen pinky. Ja, ihr versteht, was ich meine. Und an sich einfach sehr, sehr lecker und sehr, sehr girly eigentlich. Ja, jetzt denkt man sich, okay, das ist ein Frauenduft, aber nein, ich trage den Duft selber, weil ich ihn einfach feiere. Die Ausstrahlung ist in den ersten Stunden wirklich mega. Danach wird er natürlich ein bisschen schwächer, ist aber immer noch besser als der Killian, wirklich. Der Duft hält locker seine 8-9 Stunden bei mir. Für 100ml bekommt man dem teilweise schon im Sale für 100€, also quasi 1€ auf 1ml. Was will man mehr? Ich persönlich trage den Duft jetzt nicht täglich, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen auch als Junge, ja, als Daily in Frage kommen würde. Wie ihr sehen könnt, kommt der Duft eben bei Menschen sehr gut an. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, wenn ihr einen Duft kaufen wollt. Und was ich noch richtig geil finde an diesem Flakor, ist einfach der Sprühkopf. Guckt euch mal an, wie der sprüht. Das allein ist schon sein Preiswert. Macht auf jeden Fall das Plus weg für mehr solcher Videos. Welcher Promi als nächstes? Schreibt es in die Kommentare.